Moment, wir tun schon mal hier. Okay, 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 okay. Lassante State Police, legen Sie sich auf den Boden und lassen Sie die Waffe fallen. Gott! Oh Gott, oh Gott! Dem es war... Okay, okay, okay. Die stoppen wir uns. Hinten auf der Rückbank. Ich hab's gesehen, da sitzt eine Geisel. Starb! Aussteigen! Sofort aussteigen! Okay, die stoppen wir uns, die stoppen wir uns. Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sind wir wieder auf Streife in Los Santos und wir haben hier gerade einen Einsatz reinbekommen. Und zwar gibt es hier einen Mann mit einer Waffe, der hier um sich schießen soll. Der ganz... Da vorne ist er. Okay, da vorne ist er schon. Moment, wir tun schon mal hier. Okay, 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 okay. Los Santos State Police, legen Sie sich auf den Boden und lassen Sie die Waffe fallen. Sofort! Dass Sie die Waffe fallen! Lass Sie die Waffe fallen! So! Aus! Ende! Was, ist da noch jemand? Da, da schießt doch jemand! Oh Gott, oh Gott! Sie sollen die Waffe fallen lassen! Lass Sie die Waffe fallen! Die hören aber auch nicht! Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall schon mal einen Mediziner. Schön den legen! Weg von mir! Legen Sie sich auf den Boden! Legen Sie sich auf den Boden! Wir haben hier noch jemanden. Der sich nicht an die Regeln hält. Okay, den haben wir eiskalt erwischt. So! Den nehmen wir erstmal fest. Und den anderen wird sich gekümmert. So! Rattig, Rattig, Rattig! So, dort kommen schon die Kollegen. Die nehmen Sie auf jeden Fall mit. Ah, sieht nicht so gut aus. Naja, aber hat er sich auch selber zuzuschreiben. Weg von mir, bitte! Die Kollegen werden sich gleich um Sie kümmern. Ah, da sind Sie ja auch schon. Okay, Deal. Zusting für Sie. So, wie sieht es mit der Person aus? Schafft es noch? Sieht anscheinend sehr schlecht aus. Er hat es geschafft, sehr gut. So! So! Wir nehmen Sie fest. Stopp! Wir nehmen Sie fest, habe ich gesagt. Na, egal, dann rufe ich Sie erstmal. So! So! Wir nehmen Sie auf Standby! Roger! Da! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Den müssen wir... Okay, okay, okay. Die schnappen wir uns. Attention all Units! Eine Schlägerei! Okay, das unterbinden wir sofort. Schön! Hände hoch, Hände hoch! Nein! Okay. Wir brauchen hier einen Krankwagen. Stopp! Sie bleiben hier. So, schön auf dem Boden. So, prügeln die sich hier einfach. So. Okay. Was? Also echt mal im Ernst. Bomben, kommen hier zwei. Okay. Der könnte es doch schaffen. Die Kollegen holen Sie gleich ab. Die kümmern sich um Sie. So. Sie können jetzt auch gerne mal mit der Arbeit beginnen. Dankeschön. Bomben, sind hier zwei gekommen? Ich glaube, das sind noch die von unten. Okay. Wir fahren mal hier rechts ran. Okay, da kommen auch schon die Kollegen. Guten Tag. So, hier ist ihr Häftling. So. Schafft der hier es? Okay, er schafft es nicht. Okay, sie haben alles versucht. Dann würde ich sagen, war es schon mal ein gedingender Einstieg? Okay. Alles klar, da haben wir auch schon den nächsten Einsatz. Hallo. Sie kommt mit der Kollegen bitte mit. Und da müssen wir auch schon zum nächsten Einsatz. So, hier vorne sind schon die Rettungskräfte. Okay. Okay, was haben wir hier? Ähm. Okay. Das ist äußerst merkwürdig. Anscheinend brauchen die doch nicht unsere Hilfe. Alles klar. Okay, wir haben hier einen Kidnapper gerade. Okay. Der fährt. Alles klar. Den schnappen wir uns auf jeden Fall. So, rechts ist er abgebogen. Dort vorne ist er. Wir sehen ihn. Den schnappen wir uns. In der Endgasse. Oh Gott. Stehenbleiben. Stehenbleiben. So. Die kriegen wir auf jeden Fall. Haben sie uns aber eine schöne Rennbahn organisiert hier. Hinter auf der Rückbank. Ich habe es gesehen. Dort sitzt eine Geisel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch mehr Leute von denen. Oh Gott. Nein. Die brauchen wir jetzt nicht. Das Auto ist so zerstört. Wir müssen ihn jetzt sofort anhalten. Ey. Der hält nicht an. Egal was ich mache. Okay. Dann müssen wir ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So. Frank Lang. Okay. Okay. Äh. Stopp. Okay. Das ist der Herr, der gekidnappt wurde. Erstmal ihren Ausweis bitte. So. Oh Gott. Was ist denn das hier? So. Eisen. Kortets. So. Okay. Anscheinend ist mit ihnen alles in Ordnung. So. Ich bitte erst mal noch kurz hier zu bleiben. Äh. Wo ist das Auto hin? Okay. Anscheinend ist das hier doch. Ja. Äh. Ich drehe mich einmal um. Dann ist das Auto weg. Dann drehe ich mich doch einmal um. Dann ist die Geisel weg. Was ist denn das? Wie schnell. Hä? Also ich check gerade das echt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Wie dumm muss man eigentlich sein? Wie dumm muss man sein? Nein. Nein. So. Oh Gott. Nein. Hallo. Oh Gott. Das war gerade ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Los Angeles State Police. Legen Sie die Waffe weg. Legen Sie die Waffe weg. Ich sag's nicht doch noch einmal, sonst schieß ich. Okay, er schießt. Okay, ganz, okay, ganz, ganz schillig. Oh Gott. Wieso ist der denn jetzt ausgestiegen? Oh Gott. Sie sollen die Waffe weglegen. Mal im Ernst, sie können auch nicht hören. So. Ich brauche einen weiteren Krankenwagen. Auf den Boden. Legen Sie die Waffe weg. Legen Sie die Waffe weg. Ihr wollt nicht hören. Legen Sie die Waffe weg. So. Jetzt kriegen sie aber erstmal hier eine von mir reingepfeffert. Und jetzt legen sie die Waffe weg. Legen Sie die Waffe weg. Sie sollen die Waffe weglegen. Die können nicht hören. Was stimmt denn nicht mit denen? Die denken recht. Könnten sich hier leisten mit uns, sich anzulegen. So. Hier tun wir jetzt auch erstmal noch eine Absperrung. Tut mir leid. Aber sie können hier nicht durch. Was für Arschloch. Na, die packe ich mir hier gleich mal. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen. Stopp. Aussteigen. Sofort aussteigen. Okay, die stoppen wir uns. Die stoppen wir uns. Die stoppen wir uns sofort. Die kommen hier so einfach nicht davon. Die kommen hier so einfach nicht davon. Stopp. Aus dem Wagen. Aus dem Wagen. Schön auf dem Boden. Weg von mir. Auf dem Boden. So. Wollen die hier noch Fahrerflucht begehen. Also nicht, ne? So. Die nehmen wir so mit. Die tun wir zum Kollegen. Die andere holt sie ab. Die kommen mit dem Kollegen mit. So. Okay. Das. Ja, bitteschön. So, ansonsten. Sind wir hier fertig. Ich hoffe, die Folge von heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und schreibt gerne neue Callouts in die Kommentare. Weitere Verbesserungsvorschläge. Ansonsten sehen wir uns jeden zweiten Tag, montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute. Bitteschön. Ja. Dear Lieber. Ja. Herr Baby. Also will die Frage for.